Ja, schönen Nachmittag erstmal. Jetzt ist gerade so der Punkt nach dem Mittagessen so ein bisschen, man möchte doch ein bisschen schlafen, Nickerchen machen, frische Luft. Essen ist bei mir eigentlich immer ein ganz wichtiges Thema gewesen. Sylt ist eine Gourmetinsel. Wir haben 360 Restaurants auf der Insel. Das heißt, man kann jeden Tag wirklich woanders essen gehen. Und da war für mich klar, okay, wenn ich irgendwas fotografiert, technisch mache, mache ich was mit Köche, mache ich was mit Essen. Essen war immer nie ganz so uneigennützig, weil wenn du ein schönes Food-Shooting hattest, was war dann mit dem Essen? Das musste weg. Wer ist dafür prädestiniert? Der Fotograf. Und wenn man so ein Shooting hatte, wo dann irgendwie vier, fünf verschiedene Rinderfilets zur Auswahl waren, welches sieht am besten aus, die mussten danach auch weg. Essen war immer ein schönes Thema. So fing es halt an, dass ich sagte, okay, ich mache ein Buch über die ganzen Köche der Insel Sylt. Ich habe angefangen, vor zweieinhalb Jahren ein Buch zu machen, das nannte ich The X-Project. Das ist ein Buch, was ich komplett mit der X-Pro2 gemacht habe. Ich habe ein Jahr lang die ganzen Köche begleitet bei der Arbeit, mit ihrem Team, so eine Reportage gemacht. Und ich habe sie auch begleitet halt im Privaten, weil das Thema privat, man kennt einen Koch, zum Beispiel, beste Beispiel, Sansibar. Sansibar kennt jeder? Oder kennt einer dich, die Sansibar? Nicht? Okay. Sansibar ist das Innenrestaurant, ne? Jeder kennt Sansibar, Herbert Zeggler, die ganzen Promis sind da, tolles Essen, tolles Lifestyle, der ganze Drumherum. Aber keiner kennt den Chefkoch. Und da habe ich gesagt, sowas kann nicht sein. Die ganzen Top-Rechts-Rangs, da muss ich mal die Köche nach vorne holen, nicht immer nur der Gastronom oder den Namen, sondern einfach mal den Gastronom. So habe ich dann den Koch nach vorne geholt, habe den begleitet, habe den aber auch privat begleitet, weil jeder hat ja auch ein privates Leben. Und das habe ich dann nach vorne geholt mit dem ersten Buch. Eineinhalb Jahre später, Buch war draußen, war alles toll, alles schön, habe ich gesagt, okay, was ist der nächste Step? Sylt ist durch. Momentan ist der Hype TV. Es gibt Grill den Henssler, Küchenschlacht, Grill hier, Grill da. Also es gibt Koch-TV-Medien, Thema ist ganz, ganz groß gekommen. Da habe ich gesagt, okay, hole ich mir die TV- und Medienköche. Aber mir war vornherein klar, die TV- und Medienköche sind nicht dafür da, die sagen nicht, okay, komm, wir machen Privatleben, zeige ich dir mal alles, sondern die sagen, schön Privatleben, nicht mit mir. Also musste ich mir was einfallen lassen, um die doch ein bisschen zu locken. Ich habe die ersten Köche angeschrieben, die ersten Köche hatten gesagt, ja gut, schauen wir mal. So, da war mein Name noch nicht bekannt genug in der Kochszene. Die sind ja alle schon so leichte Diven und die wollen ja auch nicht sich von jedem fotografieren lassen, vor allem so einen Schubeck und Lafa und Amador. Die kriegen täglich fünf bis zehn TV- und Fotoanfragen am Tag. Und da muss man halt dann gucken und selektieren. Mein Vorteil war, ich hatte auf Söld gleich zwei bekannte TV-Köche. Johannes King, zwei Sterne Koch, Holger Bodendorf, ein Sterne Koch. Mit dem habe ich angefangen, ein Licht-Setup durchzugehen und zu sagen, okay, was kann man machen? Weil mir war klar, ich muss viel reisen, weil die ganzen TV- und Medienköche, die sitzen nicht mehr in ihrem Restaurant, sondern die sind in der Produktion. Es war Produktion in Österreich, Schweiz, Köln, war unter anderem auch dabei, Berlin, Düsseldorf. Also ich war wirklich viel unterwegs, weil innerhalb von einem Jahr habe ich über 25.000 Kilometer gefahren. Und da war mir klar, ich brauche oder ich kann kein großes Equipment mitnehmen. Aber ich will einen geilen Bildlook haben, was mache ich? Okay, Assi mitnehmen, drei, vier Licht-Setups, verschiedene Hintergrundsysteme und, 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 und. Da sagen die Köche auch, ich habe gar keine Zeit dafür. Das Konzept, was ich dann zusammengestellt habe, habe gesagt, okay, One Light, alles in schwarz-weiß und fertig. Und das muss es sein, weil das kann ich alleine bewerkstelligen, kann ich mitschleppen. Kameratasche, Blitzkopf, Stativtasche und das war es. Mehr brauche ich nicht. Das Konzept, was ich dann erstellt hatte, war, das ganze Shooting mit Auf- und Abbau dauert nur eine Stunde. Und da haben alle Köche schon gesagt, wie eine Stunde? Das kann nicht sein. Weil wenn wir ein Shooting haben, dauert das drei bis fünf Stunden. Da habe ich gesagt, nee, nee, das Konzept ist wirklich so. Und das haben wir dann auch so aufgebaut. 20 Minuten Aufbau, 20 Minuten Shooting. Der Vorteil bei den TV- und Medienköchen war einfach, die kennen alle ihre Posen. Da musst du nicht sagen, komm, stell dich mal so hin, stell dich mal so hin, stell dich mal so hin, sondern die haben so zack, 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 zack. Deswegen war 20 Minuten ganz schnell umsetzbar für mich. Aber der Clou, womit ich sie alle gekriegt habe, war Crazy Face. Crazy Face war eine Geschichte, weil ich wollte was anderes machen als die anderen. Es ging darum, den Koch mal von einer Seite zu zeigen, wie man im TV nicht kennt. So, beste Beispiel, Juan Amador. Drei-Sterne-Koch. Was kann man mit dem mal machen? Jeder kennt den ganz normal. Ich habe gesagt, komm, Amador, lass uns mal das klassische Kochmütze-Zigarette, was gar nicht in die Küche reinpasst. Kolja Kleberg, Koch aus Berlin, Komiker vorm Herrn. Ich habe gesagt, komm, Stethoskop, Weißwurst und Attacke. Holger Bodendorf, das ist der Mann mit den Haaren. Den und seine Haare ist immer so ein Thema, da darf keiner ran, nur er selber. Und er braucht immer 15 bis 20 Minuten vor jedem Auftritt. Also ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Könnt ihr am Sonntag nämlich sehen bei Grill den Hänzler. Peter Wiese, Wunderkerzen in den Ohren, ganz einfache Geschichte. Diese Oropax genommen, Wunderkerzen rein, angezündet, Foto gemacht. Und das ganze alles ist wirklich nur mit diesem One-Light-Lichtsetup gemacht. Ohne viel Tamtam, ohne viel Schnickschnack. Am Anfang haben die sich erst ein bisschen wirklich schwergetan. Die ersten drei, vier, fünf Köche mit Crazy Face, die mussten einfach eine Seite von sich zeigen. Das hat Überwindung gekostet. Und irgendwann, dann haben sie gesagt, was machen denn die anderen Kollegen für Crazy Face? So, und dann hat man da klar immer gezeigt, guck mal hier, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Und dann haben die so gesagt, das kann ich besser. So, und nachher zum Schluss der ganzen Serie, also als ich dann fast fertig war an meiner Reise, da sind die beklopptesten Sachen entstanden, weil einfach die Leute immer wieder einen mehr drauflegen wollten. Mit Herrn Lafer, Lea Linster, die Grand Dame aus Luxemburg, Maria Groß und alles immer das gleiche Licht. Das war für mich halt wichtig. Ich hatte ein schwarzes Hintergrundsystem mit, nur einen Blitzkopf, immer die gleiche Licht-Setup-Einstellung und somit konnte ich dann auch komplett durch die Gegend reisen und hatte immer diesen gleichen Bildlook. Und das ist das, was einfach wichtig ist, weil wenn du anfängst, verschiedene Systeme zu machen und du möchtest doch immer den gleichen Eindruck haben, dass es nicht durcheinander kommt, war das die beste Lösung. Und das werden wir jetzt mal umsetzen und jetzt zeige ich euch mal, was kann man da schön machen, worauf sollte man achten, dass man wirklich mit kleinen Sachen eigentlich ein geiles Ergebnis hat. Fabian? Mein Model versteckt sich. Fabian ist leider kein Top-Model, beziehungsweise Top-Model schon, aber kein Top-Koch. Entschuldige. Immer dieser klassische Versprecher. So, wir haben jetzt auch wie bei den meisten Köchen eine weiße Shirt, sie hat ein weißes Hemd an. Das ist immer eine gewisse Herausforderung, weil ich mache alles vornherein in schwarz-weiß und wenn ich ein weißes Hemd habe, das reflektiert immer extrem. Für mich war auch klar, ich möchte es vornherein sehr hart und markant, auch vom Licht haben, die Konturen, auch dass die Seitenwangen dunkel sind. Das Problem hätte ich lösen können, indem ich sage, okay, komm, ich nehme schwarze Abschatter. Aber das war ja wieder mehr Gepäck. Also, was mache ich? Ich drehe die Blende auf 16 zu und habe in meinen Blitz ein Grid eingebaut. Das heißt, ich habe vornherein ein stark gerichtetes Licht, was nach unten fällt. Würdest du dich einmal da hinsetzen? Genau, bitte, nur gerade gucken. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch die Einstellung haben. It's okay. Okay. Sehr gut, ja. Hier kann man schon schön sehen, direkt Licht von oben, fällt schön runter. Das Weiße ist nicht zu weiß, obwohl er kann schon ein bisschen mehr Bums haben. Okay, nochmal. Für mich war einfach interessant, auch noch vornherein zu sagen, ich mache ja keinen Knar-Bereich, kein Closer-Portrait, sondern ich gehe ja weiter nach hinten, weil ich möchte ja auch gerne ein bisschen von der Kochschürze draufhaben, von der Kochjacke. Das Logo der einzelnen Partner war für mich immer ein bisschen wichtig. Und das war halt immer die Herausforderung, vor allem dann bei einem Koch, wenn er komplett eine schwarze Jacke anhatte. Schwarze Jacke, schwarzer Hintergrund. Ja, kann noch ein bisschen mehr. Okay, einen noch. So. Das Schöne bei der Kamera, bei der GFX ist, ich fotografiere vornherein immer Cross-Programm. Habe gleich alles in schwarz-weiß. Ich sehe das quasi das fertige Foto schon. Weil wenn man ein Foto in Farbe sieht und es nachher doch dann in schwarz-weiß hat, ist es manchmal schon immer, es wirkt vornherein schon ganz anders. Wenn ich das jetzt in Farbe habe oder ich sage das in schwarz-weiß, ist schon mal der Eindruck komplett anders. So, was ihr jetzt na klar seht, okay, er hat keine Augen. Das Kinn verschwindet, weil es einfach alles zu dunkel ist. Lösung. Ich habe den Tree Grip in Silber. Ich habe den bewusst in Silber gewählt, weil Silber macht einfach nochmal ein härteres Licht. Ich hätte das weiß nehmen können, aber dann wäre das wieder zu meinem Look. Ich wollte das ja hart und markant haben. Also nehme ich den Tree Grip. Ich muss auch nur gerade gucken. Ich habe gleich die Augen erkennbar. Das Kinn ist ein bisschen hell. Und schon ist der Grundlook von meinen Helden der Küche fast schon fertig. Ich könnte jetzt sagen, okay, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber das ist jetzt leider daran geschuldet, dass ich hier nicht die Möglichkeit habe, ihn hinzustellen, weil unser Galgen leider nicht so hoch geht. Deswegen muss ich ihn hinsetzen, weil sonst hätte ich die Möglichkeit gehabt, hier jetzt den Grip noch ein bisschen zu korrigieren nach unten. Du kannst ihn auch mal halten. Das ist doch eine gute Idee. Perfekt. Wir sind da. Super. Nee, einfach von unten. Halt mal von unten. Ja, ein bisschen dichter ran. Dichter ran zu dir. Noch ein bisschen. Okay. Okay. Weil ich muss jetzt das Licht von oben nicht mehr kontrollieren, weil das Licht von oben, das reicht vollkommen aus, weil das muss ich jetzt nicht einstellen. Was ich jetzt nur noch mache, ist Auffällung der Schatten. Und die Auffällung der Schatten von unten, kann ich nur noch durch die Höhe und Tiefe des Tree-Grips verändern. Mehr nicht. Ja, schon ein bisschen besser. Auf jeden Fall. Jetzt kommt das Thema, was mache ich, wenn jemand einen Cap auf hat? Setz bitte einmal das Cap auf. Aber das Ding macht ja nun wirklich gleich komplett einmal ohne. Bisschen tiefer schauen. Ja. So, er hat gar kein Gesicht mehr. Im Dunkeln ist gut munkeln. Es hat auf jeden Fall, hat was, würde ich auch sagen. Aber wir wollen ja auch erkennen, wer jetzt darunter sitzt. Also nehmen wir wieder unseren Reflektor. Und schon haben wir das Ergebnis, was wir haben wollen. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein bisschen abfallend nehmen. Halt den nun mal so. Genau, ein bisschen so. Ah, jetzt musst du ein bisschen nur nach oben kommen. Das ist halt eine Feinjustierung, ne? Das ist so minimal. Das mache ich nachher, würde ich mit dem Koch niemals machen, ne? Zum Beispiel mit einem Herrn Schubeck, der sagt, wir haben 20 Minuten. Der stellt sich hin, hat seine Posen, zack, 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 zack. Wenn ich zu ihm sage, würden Sie jetzt bitte mal den Reflektor noch ein bisschen anheben. Da sagt er, Assistentin, äh, wer war das? So, also, der ist einfach ein Vollprofi und der weiß einfach, der stellt sich nur hin. Der ist gebucht für die 20 Minuten und nach 20 Minuten haut er auch wieder ab, weil er hat schon genug zu tun. Deswegen, aber wir haben ja hier ein bisschen Zeit. Ja. Sehr schön. Ja. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt bitte einmal, wir machen mal, doch einmal hinstellen. Super. Genau in dem Winkel. Stopp. Ja. Bisschen seitlich profil stehen. Andere Richtung. Ja, sehr gut. So, einen kleinen Smiley. Noch ein bisschen mehr die Nase zu mir. Hier hin. Ja. Ihr seht schon sofort, wenn man Farbe oder Schwarz-Weiß hat, das Gesicht, ne? Was das ausmacht in dieser Konvertierung. So, jetzt möchte ich mal ein bisschen was Verrücktes von dir haben. Jetzt lass dir mal was einfallen. Ja? Ruhig so ein bisschen. Bisschen verrückter. Na gut, wenn das verrückt ist. Weil das ist das Thema jetzt, ne? Man muss sofort irgendwas Verrücktes machen. Und das war mit den Profiköchen genauso. So, mach mal ein Crazy Face. Er so. Crazy Face? Was ist Crazy Face? Ne? Das ist, pff. So, äh, warum muss ich jetzt ein Crazy Face machen? Die hatten alle Briefen gekriegt. Die wussten, warum sie es machen sollten. Aber wenn es darauf ankommt, haben die sich damit nicht auseinandergesetzt. Das Beste war mit Christian Rach. Christian Rach hatte ich so viel Spaß mit Crazy Face. Der drehte durch. Der hat das erste Crazy Face gemacht. Hat so seine Posen gemacht. Seine Managerin stand neben mir. Guckte ihn an. Sag mal, Christian, hast du gerade einen Schlaganfall? Was ist da los? Letzte Woche bei der Party, da hast du Dinger gemacht. Und dann hat er losgelegt. Hat einen auf John Travolta für Arme gemacht. Und das ist dann einfach geil. Man zeigt einfach den Koch und davon lebt das Ganze nachher. Einfach dieses Grimassenmachen, das anders sein als die anderen und damit sich absetzen. Aber Fabian macht das auch sehr gut. Ja, sehr schön. Ein kleiner Tipp, wenn ihr jetzt den Reflektor da stehen habt und ihr merkt, das Licht wollt ihr jetzt nicht weiter einstellen, aber ihr könnt nicht hier höher gehen, weil dann würdet ihr das Bild hier anschneiden. Welche Möglichkeit habe ich, da jetzt mehr Licht reinzukriegen? Es gibt nicht so viele. Ich habe nur ein Licht und ich will jetzt aber da mehr Licht reinkriegen, aber ich will hier nicht mit höher gehen. Ich habe hier so Wäscheklammern mit. Wäscheklammern ist immer ein gutes Werkzeug. Ihr nehmt einfach den hintersten Teil, das Gritz, weil der hier ist nur zuständig, hier reinzufallen, das Licht zu reflektieren. Der hier, dieser Bereich, macht kein Licht hier, sondern hier in diesem Bereich habe ich nur das Licht für ihn und der ist eigentlich nur der Reflektor, der es zurückschmeißt. Habe ich hier aber nicht genug Licht, weil ein Grit frisst mindestens ein bis eineinhalb Blenden wirklich das Licht und das ist einfach eine Menge. Also einfach mal den Grit hier hinten mit der Wäscheklammer festmachen. Zack. Zack. Und schon habe ich hier hinten in dem Bereich viel mehr Licht, was reflektiert. Das ist jetzt minimal, weil wir einfach hier jetzt doch begrenzt sind mit der Höhe, um das nicht richtig so darzustellen, weil das Umgebungslicht einfach zu hart ist. Das war es eigentlich von meiner Seite. Ich mag es gerne kurz und knackig, quick and dirty sage ich immer gerne dazu, weil mehr müssen wir nicht machen. Das Rad können wir nicht neu erfinden. Wir haben die Einstellung Licht, wir haben die Einstellung Blende ISO und dann einfach einen Reflektor, den wir einfach anhand der Abstände ein bisschen mehr, ein bisschen weniger nur variieren können und dann war es das. Und das war es. Das war Helden der Küche. Ich danke euch. Ich danke euch.